Hallöchen, ich zeige euch die beiden Abkürzungen in Welt 1 und Welt 2. Hier in Zone 2, äh, Welt 1, Zone 2, gucken wir uns die erste Abkürzung an, die richtig strange ist. Und wenn ich strange meine, mal... Ich hasse diesen Sprung, ich hasse Ecksprünge, ich hasse sie. Dann müssen wir hier und dann hier runter und dann... Waaaaa! Vollgesprächig der Wurm. Also, ich hab schon, als ich klein war, gelernt, in schwarze Löcher definitiv reinrennen. Äh, äh... Boing! Swoop! Boing! Boing! Das ist so bescheuert! Du, 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 du... Du, du, du... Hä? Wo hab ich die Münze her? Vor allem die Münze. Die Bl... Da, 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 da... Es fühlt sich zwar überhaupt nicht an wie eine... Kann man da drauf landen? Na, ich würde nein sagen. Aber man bekommt auch keinen Schaden von der Krütze da unten, also ist nicht so schlimm. So, und wer kennt's nicht, wo es denn vorne gibt, gibt's auch einen hinten. Verzeihung. Ach ja, und, ähm, wenn ihr gleich rauskommt, ist hier schön eine Truhe. Und wir sehen uns gleich in der zweiten Abkürzung. So, jetzt sind wir in Welt 2, Zone 2, nach dem Checkpoint mit dem Oktopus. So, da... Müssen wir die Wand hier hoch. So. Ignoriert die grünen Punkte, die sind für uns gerade nicht wichtig. So, und hier verkacke ich gerne mal den Sprung. Und... Ja, geschafft! Und hier wird dann... Ich hab'n Versehen schon einmal weitergeschubst. Ihr braucht den 9er Spell. Den schubst ihr hier so. Einmal weiter. Dann steht er da, wo er jetzt steht. Dann schubst ihn nochmal. Ich gucke bewusst nicht nach oben. So. Dann... Springen wir... Oho. Springen wir hier hoch. Und dann sind wir beim... Greif? Greif. Du bist greif. Verstehe ich nicht. Aber ich will trotzdem mitspringen. Oh, 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 wie cool. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Boah. De, 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 de. De, 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 de. De, 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 de. De, de, de. Au. Oh. Das war knapp. Uiuiuiui. Dä, 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 dä Ach ja, am besten wieder Mitte Äh Äh Entschuldigung Oh Soll ich Ich sollte vielleicht von einer Ecke zur anderen rollen Ich glaube, jetzt haben wir es Dä, 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 dä Okay, so viel dazu Tchou Nein Oh Nicht mit mir, Freundchen, nicht mit mir Am besten kann man ja den, das Schild hier Äh, das Schild, den Helm Am besten zur Abwehr machen So, und Dann kommen wir unter dem Checkpoint Und bei der Glocke Da, bei der Glocke, da fällt man am besten gleich runter Dann hat man auch gleich die Glocke Und dann kann man gleich zum Boss Ciao